Hey, guck mal, wer ist denn da? Der Erkan ist gerade voll konzentriert am Puzzeln, hey. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Was geht's? Hey, hör auf. Wie geht's dir krassen? Sehr gut. Noch 10 Grad weiter. Jede neue Strophe. Erkan heißt die muskuläre Klimakatastrophe. Ja, ja, ja. Mann, ich schwör, wahrscheinlich hab ich Hip-Hop gefunden, Mann. Du, oder? Hey, da lach ich doch. Hey, da lach ich doch, ey. Hey, da lach ich doch, ey. Ich schwör, Alter. Hey, pass auf, geb ich dir Text, oder? Ey. Weißt du, ich mach das nur, damit ich's spannend mach für euch. In Wirklichkeit, komm, hey. Bis vorher bin ich halt null heraus, weißt? Wo sind die Buntstifte? Absolut. Und, zack. Auf die Tauben, los, 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 los. Hey, und Apfel, scheiß Tauben, ey, verpisst euch. Ja, Mann. Ja, Mann, auch an Lego und an anderen Klemmbausteiner, Hersteller. Lego baut man nicht mit dem Hammer. Ich kann's nur noch mal sagen. Lego baut man nicht mit dem Hammer, sondern mit der Bohrmaschine. Geil, oder? Da wird passend gemacht. Ey, ey. Haut ab, ihr scheiß Tauben. Verpisst euch. Das ist unsere Hutsch. Rappenverlüfte. Weg da, weg da, weg da, Mann. Abmarsch. 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 So kriegst du nämlich, wenn du mal so einen Stab hast und da ist kein Loch drin, gehst du einfach rein, brauchst du das korrekt da rein. Schau. So machst du Lego. Wenn's nicht passt. Halt ab, ihr scheiß Tauben. Haut halt einfach ab, ja. Verpisst dich. Lass dich hier nie wieder blicken. Ja, Mann. Genau, auch wenn du ne weiße Taube bist. Aber wenn du das so siehst, wenn du das Teil siehst und es wird jetzt alles schwarz, dann bist du ja Ballaballa im Kopf. Und ich spiel eh schon Ballaballa im Kopf. Dann wär ich mega Ballaballa im Kopf. Wenn ich jetzt eh schon Ballaballa im Kopf bin und nochmal Ballaballa im Kopf bin, dann muss ich aufpassen, dass ich zu Ballaballa im Kopf werde. Wenn ich total Ballaballa im Kopf bin, dann kommt scharfes Bein im Deckel. Dann spiel ich total Ballaballa im Kopf eh noch und dann auch zwischen die Beine Ballaballa beim Kopf und dem Herz Ballaballa und dem Magen Ballaballa. Dann bin ich auf der Ballaballa. Willkommen im Zirkus Stefan. Mit der Zuschauerin Chiara. Zirkus Stefan, Zirkus Stefan. Boah krass. Der Stefan kann gut blasen, Herr. Der hat ein Loch. Jeder Luftballon hat ein Loch. Zirkus Stefan, Zirkus Stefan. Yes. Jump. In den Tod. Spring in den Tod. Wow. Sorry Bruder. War nicht persönlich. Aber das ist woher. Wohin? Der hat gesagt, wir müssen da runter runter. Hm? Trägst du auch Handtuch? Komm wir machen das jetzt hier. Komm her. Oh Respekt. Gut schaust du aus. Gut schaust du aus mit deinem Handtuch, oder? Er kann Highlander. Wer will leben? Wer will leben? Wer will leben? Wer will leben? Hey, hey. Pass auf. Pass auf. Sorry Stefan. Es tut mir leid. Einmal krasse Gamer da draußen, ja? Krasse Ansage von Merkamp. Du musst mit dem Spiel eins werden. Siehst du? Du musst mit dem Spiel eins werden. Guter Tipp. Siehst du? Achtung, ich komme. Weg da. Dankeschön. Jetzt siehst du. Ich bin immer noch da. Das heißt, er ist kein Highlander. Hey, können wir nochmal zurückholen? Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Wir haben noch nie aufgebaut. Wie ist das hier nicht peinlich, in deinem Alter hier rum zu bleiben? Nein, ja, 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 ja. Sie haben das Geheimnis gelüftet. Das ist der Stefan, ich weiß es. Der Hand. Ey, wenn ich ihn das nächste Mal sehen, dann habe ich die Beweise. Jump, 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 jump. Da, 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 ciao. Okay, Fantagen. Digger, habt ihr gesehen, der stand plötzlich vor mir. Seid ihr erschrocken? Geil, stopp, Mutti, Pop-Mutti, vielen Dank, ey. Früher hat man gesagt, willst du mit mich Eis essen gehen? Sag man, ey, du, willst du mich mit Träumen gehen? Druck, Musik, Druck, Musik, Druck, Musik, Druck, Musik. Erkannt, Mariamus Leitner, krasse Vercheckerei, paar Sachen, die was mit Technik zu tun haben. Der Mutterkast, der Stefan ist dran. Wie was geht das mit Druckmusik? Druck, Musik, Druck, Musik, wir machen Druck. Musik, Druck, Musik, Druck, Musik. Was ist das auch, Mann? Druck, 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 Druck. Du hast dein Respekt, Mann. Zwei krasse Checker, haben's gecheckt, Mann. Es ist somat, kombinant, mit dem Oberlift, die Warten. Er starb, als Partner, perfekt, Mann. Hinten fette Boxen, vorne fette Checker. Der Döner hinter, alter Rucker, dreh schon super lecker. Scharf, hoch, Bunny, sich in die Optik rein. Wir drehen nochmal lauter und hauen die Bremse rein.